Willkommen zu Recent Turn News am 20. August 2024. Mein Name ist Alexander Benesch, wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Der russische Präsident Wladimir Putin hat nun ein Dekret unterzeichnet, dass es ausländischen Staatsbürgern und Staatenlosen erlaubt, eine vorübergehende Aufenthaltserlaubnis zu beantragen, wenn sie traditionelle russische spirituelle und moralische Werte teilen. Selbst wenn die Person kein Russisch spricht, das russische Recht nicht kennt und auch nicht die russische Geschichte. Okay, okay, okay. Was heißt denn das jetzt? Also das klingt so, als wollen die keine Muslime, weil von denen haben sie eh schon jede Menge. Ich empfehle einen Beitrag hier auf unserem YouTube-Kanal über die Islamisierung Russlands. Ist ein Riesenthema, ist halt vielen Leuten hier gar nicht so bekannt. Und dann klingt das auch so, als wolle man jetzt keine Asiaten, weil das hebt man sich ja für später auf, also wenn man halt dann irgendwie hier dann mehr Chinesen da mit reinbringt und so. Sondern es heißt, es klingt halt so, man möchte hier Wessler haben, die halt irgendwie in dieses konservative Spektrum fallen. Irgendwo christlich-konservativ. Also und die einzigen, die das ja auch in Betracht ziehen würden, die einzigen, die da wirklich dieses Abenteuer wagen, darüber zu gehen nach Russland, die einzigen sind halt Leute, die sich ausgesetzt haben dieser jahrelangen Russen-Propaganda. Und die verlangen ja weder, dass man Russisch spricht, man verlangt nicht, dass man das russische Recht kennt, also auch nicht die Grundlagen, man verlangt auch nicht, dass du die russische Geschichte kennst. Und da sieht man ja auch mal wieder, dass halt Leute, die diese Russen-Propaganda konsumiert haben, dass sie eigentlich keine richtige Ahnung haben, wie es in Russland wirklich zugeht, wie Russland wirklich ist. Ja, Hauptsache du gehst dann darüber. Russland braucht dringend frische Bürger, da trotz der öffentlich zur Schau getragenen, christlich-konservativen Ideologie viel zu wenige Kinder geboren werden. Der Krieg gegen die Ukraine hat so viele Männer verbraucht, die anderweitig in der Industrie fehlen. Wer würde dieses Angebot der Russen wirklich nutzen? Also zum Beispiel Menschen, die für politischen Aktivismus Probleme mit dem Gesetz haben. Ja, oder ganz verzweifelte Leute. Irgendwelche Veteranen in Amerika, die einfach keinen Fuß mehr fassen in der normalen Welt. Und ja, Leute, die halt meinen, sie finden hier keine Frau oder sie finden hier keine Frau, mit der man eine Familie gründen kann. Möchten das hier nicht riskieren. Sie meinen, anderswo sei es besser. Die Frauen seien traditioneller oder man könne halt mit den Frauen umgehen, wie man möchte, ohne dass einem was passiert. Das ist ja in Russland tatsächlich so. Also da ist ja dann das Vorgehen der Polizei halt dann so geworden, dass man ihr kaum noch Schutz hat für Frauen. Ist halt oftmals so, die Männer saufen und verprügeln ihre Frauen. Und wenn die Frauen dann zur Polizei gehen, werden sie meistens eher abgewiesen. Und das ist halt oftmals so, du hast diese Returning Customers, also dieselben Frauen sind halt immer wieder in ärztlicher Behandlung, melden sich vielleicht immer wieder bei der Polizei. Irgendwann geben sie dann mehr oder weniger auf und dann kommt es halt oftmals dann hier zu lebensgefährlichen Verletzungen. Ja, also das sind halt so verschiedene Leute, die da rüber gehen würden. Und da kann man sich vorstellen, wenn du da rüber gehst, dann bist du halt in einer sehr schwachen Position. Also du stehst ja unter Generalverdacht, weil du könntest ja ein ausländischer Spion sein, der Russland infiltrieren will. Du könntest ein totaler Spinner sein, also jemand mit halt so richtig festsitzenden psychischen Problemen, Dinge, die halt nie richtig behandelt wurden oder wo derjenige kein Interesse hat, dass das behandelt wird. Du könntest halt einfach so ideologisch fanatisch sein, dass du dann vielleicht sogar Probleme auslöst für das russische System. Wenn dir halt irgendwas nicht passt oder das russische Regime ist ja nicht erfolgreich genug, du meinst vielleicht sollte man dies ändern und jenes ändern. Also die sichern sich dann schon ab und das erinnert so ein bisschen an Lee Harvey Oswald, der ja auch da rüber ist. Und dem wurde ja zunächst einfach mal abgewiesen oder man wollte ihn da gar nicht erst reinlassen. Aber Oswald machte dann so einen Selbstmordversuch und dann haben die ihn dagelassen, aus seltsamen Gründen. Und selbstverständlich, ob du jetzt da so mit einem Spezialvisum da jetzt hingehst oder ob du da jetzt als Tourist hingehst oder sonst irgendjemanden besuchen willst, du wirst dann komplett überwacht vom Geheimdienst. Also wenn du schon reinkommst, die prüfen halt deinen Antrag schon vorher und wenn du dann reinkommst, bist du dadurch dann unter verschärfter Überwachung. Das muss man wissen. Außerdem, ab wann verlängern die dir dein Visum? Also welche Loyalitätsbekundung musst du machen gegenüber den Russen, damit die dich da lassen und dass die dich länger da lassen, eine Arbeitsgenehmigung hast, dass sie dich irgendwo hin vermitteln und dass du vielleicht dann irgendwann die russische Staatsbürgerschaft kriegst. Also musst du dich da als Soldat verpflichten, musst du dich da auf zig Jahre verpflichten, dass du da irgendwo arbeitest, wo die dir sagen, dass du arbeiten musst. Also ganz, ganz abenteuerliche Nummer. Also es riecht schon halt ziemlich nach Verzweiflung. Und für den Westen ist es ja so, für den Westen ist es eine Gelegenheit, halt unliebsame Leute loszuwerden. Also gerade so die militantesten Leute loszuwerden, die dir halt am meisten irgendwie Stress machen hier. Die kann man dann halt einfach gehen lassen. Dann ist man so los. Man muss sie nicht rausschmeißen. Stellen Sie sich mal vor, was hier für ein Aufschrei wäre. In Deutschland, in Europa, wenn jetzt halt irgend so eine Regierung sagen würde, der Bürger so und so, also Hans Dampf aus so und so Staat, der hat ja irgendwie voll die krassen Demos da mitgemacht. Und redet radikales Zeug im Internet und ist halt irgendwie so ein Keller-Nazi und Putin-Liebhaber und hasst die Bundesregierung hier und so. Den schmeißen wir jetzt raus. Dem kündigen wir die Staatsbürgerschaft und kicken den jetzt raus und so. Wäre hier ein Skandal, ist ja so gar nicht machbar. Aber wenn die halt freiwillig gehen und man die vielleicht sogar noch ein bisschen so halt trietzen kann, ja so halt Druck auf die ausüben kann, dann verschiedenartig, dann gehen die freiwillig und dann ist der Westen diese Leute los. Wenn jetzt aber jemand da drüben ist und er kommt dann wieder zurück, nach drei Monaten oder sechs Monaten oder einem Jahr oder sowas, dann steht er halt hier unter verschärfter Beobachtung. Das musst du halt dann auch wissen. Also das heißt, da können alle möglichen Konsequenzen halt daraus resultieren. Gibt es auch schon so Leute, die hatten dann richtig juristischen Stress in Amerika und gehen dann da rüber, pflichten sich auch fürs Militär, weil sie halt auch schon militärische Erfahrungen hatten und kämpfen da. Und machen dann sogar noch ein bisschen Propaganda für den russischen Staat und Krieg. Und dann findet die westliche Presse halt raus, wer das wirklich ist. Und sagt dann hier, oh, der hat hier richtig krasses Zeug gemacht. Und daher weht dann der Wind. Der amerikanische Influencer Alex Jones, dem von dem bekanntesten russischen TV-Moderator ohnehin schon ein luxuriöses Asyl versprochen wurde, gibt sich begeistert. Also das war jetzt ein jüngster Post hier auf X oder Twitter. Breaking, Putin just dropped a bombshell. Also es werden hier Leute eingeladen weltweit. Die Leute, die keinen Bock mehr haben, hier auf diesen globalistischen, neoliberalen Albtraum. Also da werden jetzt Leute eingeladen, die möchten halt endlich hier in einen sicheren Hafen da, in das traditionelle Russland. Also was eine Realitätsverdummung hier. Eine Realitätsverzerrung hier. Und dann geht es noch weiter in den Post hier, in den Twitter-Post von Alex Jones. Also das ist ja, die freiheitsliebenden Leute können da jetzt rübergehen und so. Um Gottes Willen. Und dann zitiert man hier noch die TAS, also die staatliche, oder diese russische Medienagentur. Die haben auch so eine Überschrift. Russia offers safe haven. Also ein sicheres Zuhause für Menschen, die halt westlichen, linksliberalen Kreisen hier entgehen wollen. Also dem furchtbaren Westen halt hier entkommen wollen. Und dann steht dann auch drin, Also du musst da nichts vorlegen, von wegen, dass du Russisch kannst, dass du halt die russische Geschichte kennst, dass du die russischen Gesetze kennst. Gar nichts. Die nehmen eigentlich fast alles. Muss halt irgendwie westlich sein, christlich sein. Und dann, ja und Jones, also Alex Jones könnte da auch hingehen. Wurde ja von den Eltern der Sandy Hook Opfer verklagt, schuldet exorbitante Summen. Also seine Medienfirma ist bald anscheinend platt. Könnte auch für andere Firmen arbeiten, neue Firmen starten. Aber dann kommen halt immer noch die Anwälte von den Sandy Hook Opfern und wollen weiterhin halt eben ausnehmen und ihm sein Geld wegnehmen. Weil er eben so groteske Berichte brachte über die Sandy Hook Schießerei. Des Weiteren wird er verdächtigt, ein Drahtzieher der Ausschreitungen am Kapitol gewesen zu sein. Also er kannte dann doch zu viele krasse Leute und war dann irgendwie so mit Roger Stone unterwegs und Flynn und solchen Gestalten. Also da kann sich Jones jetzt auch nicht mehr so dumm stellen. Dann hat er irgend so einen Typen moderieren lassen bei sich in der Sendung, wo halt Jones woanders war. Und dieser Typ sagt dann irgendwas in der Sendung, wo dem Kapitolsturm, ja wir gehen da rein und irgend sowas. Das ist halt unglaublich dumm, ja. Unglaublich dumm, unglaublich ideologisch. Und genau solche Leute wollen die Russen halt irgendwie haben. Also wenn hier alle Brücken verbrannt sind, wenn man hier generell verbrannt ist, dann kann man da rüber gehen nach Russland. Und dann wurde Jones schon vorgeladen als Zeuge bei diesen Untersuchungen zum Kapitolsturm und hat dann die Aussage fast komplett verweigert. Könnte auch irgendwann als Beschuldigter gelten, das wissen wir im Moment noch nicht. Also nicht jeder Migrant aus den USA bekäme in Russland in den roten Teppich ausgerollt. Die meisten würden für schlechte Löhne arbeiten oder müssten sich als Soldat verpflichten, um die Staatsbürgerschaft zu erhalten. Nicht so Jones. Jones bekäme hier so ein Studio und ein großes Haus und halt Autos und Assistenten und so. Also Personal, das bekäme er dann auch gestellt. Ja, wenn Jones da dann rüber geht oder andere. Also es gibt so ein paar Leute, für die würde man dann schon den Aufwand betreiben, um mal diese Signalwirkung zu erhalten. Aber der Normalo, der da rüber geht, der hat ein ganz anderes Leben. Personen, die an einem vorübergehenden Aufenthalt interessiert sind, können ein Visum in einem vereinfachten und beschleunigten Verfahren beantragen. Russland wird bereits nächsten Monat mit der Ausstellung von drei Monatsvisa beginnen. Also da müssen sie noch ein bisschen was in den Pott reinwerfen, um das ein bisschen halt attraktiver zu gestalten für die meisten Leute hier. Warum sollen die da rüber gehen? Kriegst du da vielleicht so, ja, vergünstigte Hauskredite oder sowas? Oder kostenloses Grundstück oder verbilligtes Grundstück oder irgendwas? Ja? Aussicht auf Frauen? Das ist ja im Imperialismus ja auch immer so gewesen, dass man halt da so den Leuten gesagt hat, ja, wenn ihr da jetzt mitkämpft für unsere Sache, dann könnt ihr irgendwelche, was ich, irgendwelche jungen Weiber da erobern und die gehören an euch. Es muss halt irgendeine Beute geben, es muss halt irgendeine Beute versprochen werden. Allein so ein ideologischer Firlefanz, das reicht wohl nicht unbedingt aus. Es sei denn, man hat sich hier halt in Teufelsküche gebracht. Also berühmter russische TV-Moderator Wladimir Solofjov bot dem Amerikaner Alex Jones ja schon Exil eine eigene Show an. Da haben wir auch den Clip hier verlinkt. Solofjov bezeichnet sich selbst als sowjetischen Patrioten und moderiert seine Sendung häufig in einer Jacke mit Hammer und Sichel. Also das ist gar nicht so christlich-konservativ, wie die immer tun. Dann hast du gleich noch mehr. Also dieses ganze pro-russische Ding, das ist jetzt nicht das, was viele Leute sich darunter vorstellen, sondern es hat halt eben dann doch viele Gesichter. Und dann hat er eben, also dieser Russe hat dann eben an Jones erzählt, du siehst ja schon aus wie ein Russe und du passt ja hier voll gut rein und so. Mein Studio ist dein Studio, komm hier rüber mit Familie, bla bla bla. Wladimir Solofjov entstammt einer privilegierten Familie. Übrigens jüdische Familie, durfte eine Eliteschule besuchen und lernte im Studium den russisch-israelischen Mikael Friedmann kennen, der später das Alpha-Konglomerat leitete. Also das passt jetzt halt eben dann auch nicht so zu dieser klassischen Verschwörungsmythologie, die ja immer so zelebriert wird. Auch bei Infowars. Also die versuchen es halt so ein bisschen zu verstecken bei Infowars, aber zwischen den Zeilen kannst du dann doch lesen. Also sie glauben dann irgendwie doch an die alten Legenden und Putin hätte sein Volk befreit von der Verschwörung, ja und so weiter. Jetzt haben wir hier noch einen Beitrag und zwar der heißt Russen und Kommunisten. Russen und Kommunisten, der Kern der alternativen Medien. Ja, das ist jetzt via Eyes of the Republic. Das ist ein richtig interessanter Twitter- oder X-Kanal und hat auch einen Substack. Der Betreiber kennt auch die Arbeit von Jeff Nyquist, mit dem ich eine regelmäßige Sendung mache, hier wöchentlich auf Englisch. Aber der Betreiber von dem Substack, der kann das halt nur alle paar Monate so richtig intensiv machen. Also der ist da nicht Vollzeit und ist dahingehend eingeschränkt. Aber das, was er bisher publiziert hat, ist halt sehr, sehr ausführlich. Also genau wer mit wem diese ganzen sogenannten alternativen Medien und so, wie das halt eben dann läuft. Und das ist jetzt hier so ein großer Beitrag gewesen über halt Alex Jones, die Quellen, die er zitiert, also die er auch immer wieder benutzt hat, diese ganzen anderen Medien, die Jones halt auch immer wieder rüber kopiert und halt dann die russischen Verbindungen. Und man findet da wirklich erstaunlich viel Kommunismus auch mit drin. Also das kannst du dir wirklich an die Backe schmieren, zu denken, naja, du hast da jetzt so diese Supermacht mit Russland und die sind halt christlich-konservativ und da kannst du jetzt so als Ideologe einfach schön in die Richtung laufen. Und ob du jetzt da rüberziehst oder nicht, mach halt irgendwie Propaganda und alles wird gut, aber du findest da immer wieder Kommunisten, 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 Kommunisten. Und dann versucht man das halt im Publikum dann doch wieder irgendwie anzudrehen. Also das erste Schaubild hier, was wir da sehen auf recenter.com. Also da hast du halt eben dann hier so, also natürlich Wladimir Putin, dann hast du Sergej Naryshkin, den Direktor, also den Geheimdienstdirektor, Foreign Intelligence Service. Dann hast du noch Alexander Bortnikov, hier also vom anderen Geheimdienst, FSB. Und dann ziehen sich halt hier dann so die Fäden, du hast halt so gewisse Verbindungen zu Strategic Culture Foundation, Southfront, Sputnik, Russia Today. Und dann gibt es weitere Fäden, die ziehen sich dann zu Global Research, ist auch so eine alternative Medienorganisation, die gibt es ja auch schon seit ewigen Zeiten. Und Global Research Material, Global Research Zeug landet ja auch schon bei Infowars und bei zig anderen. Also da hat man ja oftmals Schwierigkeiten, eigenen Content zu produzieren, also wird halt eben dann viel übernommen. Man übernimmt halt viel von halt pro russischen Quellen. Dann gibt es Queerverbindungen zu The Intel Drop. Das ist eine Organisation hier von Jack Posobiec. Also Posobiec ist mir eher ein Begriff, Intel Drop war mir noch relativ neu. Und dann ziehen sich dann weitere Fäden zu dem Ron Paul Institute. Eigentlich so libertäre Veranstaltung, aber Ron Paul, die ganzen Leute, die waren ja unglaublich pro-russisch immer. Ganz, ganz komische Geschichte, ja. Also da gibt es dann auch so Leute wie Daniel McAdams, den Director, dazu gleich noch mehr. Dann haben wir Verbindungen hier zu lourockwell.com. Ja, mit Lou Rockwell dem Gründer, das ist halt auch so libertär, haben auch sehr viel Publikum. Dann gibt es hier The Unz Review, das kenne ich jetzt nicht. Dann gibt es Verbindungen zu Zero Hedge, das kenne ich. Die waren ja auch schon vor, ich weiß nicht, fast 20 Jahren oder so. War schon vor 20 Jahren aktiv. Ja, und Zero Hedge macht ja auch immer so virale Stories, viralen Content. Und dann landeten Zero Hedge Beiträge auf Infowars oder in der Alex Jones Show wurden dann halt eben dann Stories besprochen von Zero Hedge. Unter anderem auch über Sandy Hook. Und das war eine Riesenkatastrophe. Also da haben die dann so einen Typensitzen hier in der Live-Sendung bei Infowars. Da haben die halt ihren Typensitzen, Owen Schreuer. Und er kriegt dann so eine Story in die Hand, die er jetzt besprechen muss, live. Und dann sagt er hier so, ja, wir haben eine Meldung hier von Zero Hedge über Sandy Hook, die Sandy Hook-Schießerei. Dann ging es dann irgendwie darum, dass halt einer von diesen Sandy Hook-Eltern beschreibt dann halt, wie er sein Todeskind in den Händen hielt. Und dann heißt es aber in der Zero Hedge Story, das kann ja gar nicht sein, weil die Behörden oder halt, die hatten ja die Leiche und die war ja nicht freigegeben und bla bla bla. Und wegen solchen Stories kam man in Teufels Küche. Und dann stellt sich natürlich dann raus, ja, irgendwann wurden die Leichen dann schon freigegeben. Also es gab da keine Sensation, aber man hat diese Meldung halt eben da von Zero Hedge ungeprüft übernommen für Infowars. Ries ein Disaster. Ja, mal abgesehen, man hat dann, also irgendwie das, so eins der wichtigsten Grafiken von Zero Hedge ist, ist so diese Figur Tyler Durden aus Fight Club. Und das hat man anscheinend auch ohne Rücksicht verwendet auf hier Urheberrecht. Also Fight Club ist ja ein Film, ich glaube von 20th Century Fox. Und vielen Leuten war nie bekannt oder geläufig, wer betreibt eigentlich Zero Hedge? Und dann führt das uns jetzt hier zu Krasimir Iwandinsky. Hier von ABC Media Limited, denen gehört Zero Hedge. Und dann haben wir noch Daniel Iwandis, Herrgott, Daniel Iwandis, Jiski. Das ist der Betreiber von Zero Hedge. Also gleich noch mehr. Dann hier SGT Report, Natural News. Also Natural News kenne ich auch noch mit Mike Adams, hier der Gründer von Natural News. Das war so ein Typ, der sich dann halt mal mit Sport und Ernährung wieder gesundheitlich hingekriegt hat und gab sich dann so als Gesundheitsexperte. Machte immer mehr politische Themen. Mike Adams, auch immer wieder ein Gast natürlich bei Infowars, Alex Jones. Genauso wie halt Leute vom Ron Paul Institute oder Ron Paul selber Gast war bei Infowars. Dann machen sie auch rum mit Lou Rockwell und so weiter. Und schließlich haben wir natürlich noch den Faden hier zu Infowars selbst mit Alex Jones. Ja, also die amerikanische Plattform Infowars bezog ihre Grundhaltung aus der klassischen Verschwörungsliteratur der John Birch Society. Also das war so das Fundament der Bildung in Anführungszeichen. War ja viel übernommen worden bei der Birch Society von älterer Verschwörungsliteratur. Also ganz, ganz viel Fehlinformation mit drin. Ähm, und ja, und dann besprach man in der Radiosendung von Alex Jones noch massenhaft Content aus den Massenmedien, der relevant erschien. Äh, und abgesehen davon kopierte man sehr viele Inhalte von pro-russischen Quellen, präsentierte pro-russische Gäste. Also Ron Paul, Lou Rockwell, Zero Hedge, Mike Adams. Äh, also und das, was wie Vielfalt wirkte, war eine Copy-and-Paste-Maschinerie, die im Laufe der Zeit darin gipfelte, dass man das Putin-Regime direkt anprässt als Retter der Welt. Egal wie viele Einnahmen man generierte, man schuf fast nie irgendwelche wirklich eigenen Inhalte. Also das ist so das Ding. Die generelle Linie, so John-Burl-Society, dann werden dann immer Massenmedien-Stories hier aus den großen Medien da zitiert, kommentiert. Und dann bringt man halt noch Content von diesen komischen Leuten, diesen pro-russischen Leuten. Und dann hat man noch diese pro-russischen Gäste. Und labert. Und das ist dann so diese Welt. Und da, da fehlt es halt an der eigenen Linie. Also wo kommen, wo kommst du da mal in Kontakt als Publikum mit wirklich neuen Gedanken, eigenen Gedanken, richtiger Forschung? Wo kommst du da mal in Kontakt mit richtigen Experten? Ja? Das ist halt so das Problem. Und das ist nicht nur das Problem von Infowars. Und das machen halt viele andere auch. Weil viele haben sich dann irgendwann gedacht, oh, Infowars ist erfolgreich, dann kopiert man das halt eben. Und man macht das genauso. Also man labert irgendwas über, interpretiert irgendwelche Massenmedien-Stories. Dann halt gemäß von irgendeinem stupiden, simplen Muster. Und dann kopiert man anderen Content. Und hat da dann solche Gäste. Kann ja jeder eigentlich. Und das ist auch unglaublich billig. Also hier, Alex Jones stellte Kurt Nimmo, der Verbindungen zu Kommunisten hatte, als Chefredakteur von Infowars ein. Das war von 2008 bis 2016. Also, Chefredakteur. Ja, Chefredakteur von Infowars. Kurt Nimmo. Kurt Nimmo, der für die linke Nachrichten-Webseite Counterpunch sowie für das kryptokommunistisch geführte Global Research Beiträge verfasst hatte. Warum so ein Typen? Counterpunch wurde 1994 von Ken Silverstein gegründet, als Nimmo jedoch für die Publikation schrieb er Silverstein nicht mehr da. Damaliger Mitherausgeber war Alexander Cockburn. Nachfahre von Sir, Sir George Cockburn, dem Engländer, der im Krieg von 1812, äh, Nachfahre von Sir George Cockburn, dem Engländer, der im Krieg von 1812 Washington DC niederbrannte. Alexanders Vater war Claude Cockburn, ein bekannter kommunistischer Schriftsteller, führendes Mitglied der britischen Kommunistischen Partei, angeblich auch Führer der westeuropäischen Kommentaren. Alexander wich nicht weit von Überzeugungen seines Vaters ab und hat offen erklärt, dass er Marxist ist. Er arbeitete für die New Left Review, eine marxistische Publikation, bevor er Mitherausgeber bei Counterpunch wurde. Nimmo hatte 106 Artikel bei der linken Counterpunch und etwa 50 Artikel bei der kryptokommunistischen Global Research veröffentlicht, bevor er 2008 von Alex Jones eingestellt wurde. Also, wo war da die Qualifikation? Also, da siehst du dann so, oh, der hat halt so Storys gemacht und dann heuert man den einfach mal an. Ja, das macht man einfach so. Und da gibt es eben auch so ein Schaubild, also diese ganzen komischen Leute hier. Ähm, hier, äh, hier diese Cockburn-Familie und, ähm, ja, Nimmo hat dann auch zu tun mit dem Ron Paul-Institut und es gibt eine Verbindung, die auch zu Zero Hedge, Strategic Culture Foundation, diese ganzen üblichen Player. Und in der Position war Nimmo ja in der Lage, halt eben zu entscheiden, welche Sachen erscheinen jeden Tag auf infowars.com und damals prisonplanet.com. Das war ja schon so eine Nummer, wenn du, wenn jetzt halt irgendjemand einen Beitrag gemacht hat und es wurde dann verlinkt oder halt eben kopiert hier auf infowars, dann bekam derjenige halt eben dann sehr viel, äh, Aufmerksamkeit, sehr viel Traffic. Ja, auf, auf halt, äh, Zero Hedge oder wen auch immer. Und Nimmo war in der Position zu sagen, hey, die Story kommt rein, die Story kommt nicht rein. Ist das jetzt pro-russisch oder ist das nicht pro-russisch? Oder ist das jetzt in die Richtung, ist das jetzt in jene Richtung? Also, gab es da eine Sicherheitsüberprüfung von Kurt Nimmo? Gab es da so eine, so eine Hintergrundprüfung? Hat man das mal so richtig aufgedröselt? Warum hat man sich nicht jemand anderen gesucht? Gab es da denn niemanden in den United States of freaking America, der halt wirklich zuverlässig ist? Jemanden, der nicht für diese linken Publikationen geschrieben hat? Ich meine, für mich war es ja vor 20 Jahren auch so, ähm, vor 20 Jahren, ich war da auch wesentlich weniger erfahren natürlich damals, also so, äh, 2004 rum oder was. Und da habe ich auch nicht so, ich habe ja selber nicht so ideologisch gedacht. Mir war dann auch erst mal wurscht, ja, was hat jemand mal irgendwann früher gemacht? Das war mir gar nicht so wichtig. Aber ich habe dann recht schnell gemerkt, das hat schon eine große Bedeutung, ja. Hat derjenige sich wirklich weiterentwickelt oder, oder nicht, ja. Oder labert derjenige nur so oberflächlich von irgendwelchen Jugendsünden, ist aber genauso schlimm wie damals oder vielleicht sogar, äh, noch schlimmer geworden. Ja, und ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, wow, da gibt es so eine riesen, riesen Propaganda-Linie für die Russen und für Putin. Und ich habe dann natürlich dann ganz schnell, ähm, immer, also relativ schnell reagiert und, und auch die notwendigen Konsequenzen gezogen. Aber Nimmo, der war ja hier Chefredakteur, Chefredakteur bei InfoWars von 2008 bis 2016. Ähm, ja, dann russischer Einwanderer, Enkel eines KGB-Offiziers und Lenin-Fan. Daniel Estolin war ein gefragter Gast bei InfoWars. Also Daniel Estolin, geboren in der Sowjetunion, heutiges Litauen, behauptet, sein Großvater sei oberst beim KGB gewesen. Estolin behauptet auch, sein Vater sei ein sowjetischer, bisschen so ein sowjetischer Dissident gewesen und 1980 aus der Sowjetunion geworfen worden. Trotz dieser Behauptungen scheint er eine Vorliebe für den Gründer der Sowjetunion, Wladimir Lenin, zu haben, indem er auf X oder Twitter ein Bild eines Lenin-Propaganda-Plakats postete, das im Grunde die Idee vermittelte, dass Lenin auch in Zukunft Einfluss auf die Menschen haben wird. Daniel hatte auch eine, eine Russia Today-Sendung namens Destilla Sombra, also aus dem Schatten. Daniel wiederholt die Linie des Kremls, als er auf Twitter oder X über die Entnazifizierung der Ukraine postete. Nachdem er ein Buch über die Bilderberg-Gruppe geschrieben hatte, lud ihn der kommunistische Führer Kubas Fidel Castro zu einem Treffen auf die Insel ein, was Daniel anhat. Also das Buch bezog sich halt auf fast nur eben existierende Informationen. Es gab jetzt keine neuen Erkenntnisse in Estill ins Buch. Und er bezog sich halt, glaube ich, dann auch mehrmals oder zitierte mehrmals auch diesen, diesen Coleman. Und das ist so eine ganz, ganz heikle, fragwürdige Quelle. Aber wie dem auch sei, das Buch wurde zu einem Bestseller. Es ist interessant, wie halt alles Mögliche zu einem Bestseller wird, was halt so von pro-russischen Leuten kommt. Also es passiert ja auch einigen Leuten, wenn die anfangen, so Russen-Stuss zu machen, auf einmal gehen die Views hoch, auf einmal sind sie so connected und dann wirken sie erfolgreich. Daniel war auch im iranischen, iranischen Staatsfernsehen zu sehen. Und er sprach ausführlich mit der Frau des Marxisten Lyndon LaRouche. Daniel arbeitete schon viele Jahre, bis 2006 oder 2007 mit ihr zusammen, nahm an mindestens einer Konferenz des Schiller-Instituts teil, bei der auch interviewt wurde, und sagte, habe zuvor eine Rede von dem Vereinigten Generalstab Venezuela gehalten. Daniel trat auch mit einem ehemaligen Freiwilligen des Schiller-Instituts und Executive Intelligence Review-Mitarbeiter Matt Arad auf. Und diese LaRouche-Leute, die hatten ja auch eine ganz linke Vergangenheit. Super links. Was seine Auftritte bei Infowars betrifft, so weit berichten zur Folge bereits 2007 in der Alex-Jones-Show, hatte danach bis 2024 viele weitere Auftritte. Und das sind ja auch so Schaubilder. Daniel Estolin hier auf Russia Today, Laber-Di-Labe, und dann hier ein Schaubild Daniel Estolin auf Infowars. Ja, das wirkte halt immer dann so vielfältig bei Infowars und Alex-Jones-Show. Oh, wir haben heute zwei interessante Gäste. Morgen haben wir dann zwei, drei interessante Gäste. Und dann haben wir nochmal mehr interessante Gäste. Und dann hatte Jones ja auch solche Producer, also das sind seine Leute, denen er sagt, bucht mir einfach Gäste. Und dann buchen die Gäste. Und hat Jones diese Leute jemals richtig überprüft? Anscheinend nicht. Ich meine, Jones hat sich mit allen möglichen Leuten zerstritten im Laufe der Zeit. Das passiert sowieso. Aber es gab auch trotzdem viele langjährige Beziehungen zu irgendwelchen Gästen und anscheinend wurden die niemals richtig überprüft. Also da kannst du nicht einfach so stupide denken, ja Hauptsache gegen die Globalisten oder gegen whatever, das haut so nicht hin. Das haut so einfach nicht hin. Dann zu den ersten wichtigen oder regelmäßigen Gästen von Infowars gehörten LaRouche's Mitarbeiter Webster Torplay und dann Lyndon LaRouche selber. Lyndon LaRouche hat ja auch einen riesen Einfluss gehabt auf Verschwörungsmedien. Der war Marxist und wahrscheinlich richtiger Kommunist. Er war Mitglied des Socialist Workers Party, die mit Leo Trotzki in Verbindung stand. Organisiert in den 60s die Gruppe National Caucus of Students for Democratic Society Labor Committees, zu der auch ausgeschlossene Mitglieder der SDS-Fraktion Maoist Progressive Labor Party gehörten. Aus dieser Gruppe wurde später durch die Aufnahme von Rekruten des City College of New York und der Columbia University das National Caucus Labor Committee halt NCLC gebildet. Das NCLC gab eine marxistische Publikation mit dem Titel New Solidarity heraus, gründete die Labor Party, die eine marxistische Revolution predigte und unter der LaRouche antrat. Es ist wichtig hervorzuheben, dass das NCLC die Reindustrialisierung der Wirtschaft predigte, da man in der kommunistischen Theorie alle Phasen des Kapitalismus durchlaufen muss, bevor man zum Sozialismus gelangt. Dies verhalfte Organisation sogar zu einem gewissen Ruf bei Konservativen. Also wird alles durchmischt. Man durchmischt halt links und rechts und das Publikum schnallt das gar nicht so richtig, wo da die Grenzen wirklich verlaufen. Hier haben wir wieder so ein Schaubild. Lyndon LaRouche Communist Connections and Associations with Alex Jones Also gab es hier diese Publikation Executive Intelligence Review Da gab es auch mal ein paar bessere Beiträge natürlich Man hatte da auch richtige Bücher gewälzt dafür und gab dann Verschwörungsautoren, die haben dann einfach abgekupfert aus dieser Publikation Executive Intelligence Review Also haben dann irgendwie 70% ihrer Inhalte abgekupfert und gaben das so als ihre eigene Arbeit aus. Und da haben sich viele natürlich dann auch zerstritten von diesen halt Influencern. Dann, 1974-75 sprach LaRouche vor den Sowjets bei den Vereinten Nationen forderte die Eingliederung der Communist Party of USA in sein NCLC Das geschah jedoch nicht Laut einer Quelle von Jeff Nyquist Jeff Nyquist, einem Forscher mit dem ich auch eine regelmäßige Sendung mache gelangte LaRouche sogar in die Sowjetunion und sprach Vorsitzungen des sowjetischen Zentralkomitees LaRouches Mitarbeiter Webster Tarplay war der Leiter des Washingtoner Büros seiner Publikation Executive Intelligence Review Berater eines von diesen LaRouche-Packs Tarplay traf irgendwie mindestens 35 Mal auf bei Alex Jones LaRouche mindestens 11 Mal und natürlich auch die ganzen Kollegen Wurde auch niemals richtig überprüft und das ist halt dann wirklich ein Problem wenn halt dann der eine sich auf den anderen verlässt und da musst du halt schon wirklich irgendwann dann Konsequenzen sehen Dann, Alex Jones und Infowars Mitarbeiter fördern Alexander Dugin der die Vereinigten Staaten von Amerika zerstören will Alex Jones kannte Dugin diesen Russen und war bereits 2008 mit seinen Schriften vertraut wie er in einer Sendung erklärte 2008 schon und ab 2008 kam dann so der Wandel bei Infowars und die wurden dann immer offener pro Russisch der erste bekannte öffentliche Auftritt zwischen Dugin und dem Infowars Team war ein Interview von Dugin am 12. März 2016 mit Jay Dyer dem Moderator von Joneses vierter Stunde von der Sendung Dyer gehörte eins der orthodoxen Kirche an was erklären könnte wie er auf Dugin gestoßen ist Dyer war ein wichtiger Teil des russischen Desinformationsökosystems neben seiner Arbeit bei Infowars erschien ein Artikel von ihm auf Global Research natürlich Global Research wurde von Michel Shosudovsky gegründet den Alex mehrere Male interviewt hat Shosudovsky ist der Sohn eines Sowjetbürgers und UN-Mitarbeiters der über die Vergesellschaftung der Produktionsmittel während des Kalten Krieges schrieb Shosudovsky selbst hat sich mit dem kommunistischen Führer Fidel Castro getroffen und der hat mit dem russischen Auslandsgeheimdienst dann Strategic Culture Foundation und dem russischen föderalen Sicherheitsdienst Southfront zusammengearbeitet Infowars hier Kollaborator Jack Posobiec retweetete viele Beträge das Southfront veröffentlichte auch Artikel von diesen heiklen Russen also gibt es da noch Geopolitika und verschiedene Institute und so Eurasia etc. etc. Claudio Mutti Dugin Michel Shosudovsky die gehören da alle miteinander zusammen da hängt über auch der russische Geheimdienst mit an und jetzt gab es natürlich dann so ein größeres Täuschungsmanöver da habe ich ja auch selber noch Sachen dazu rausgefunden also man wollte dann tatsächlich so den Eindruck erwecken es es gab einen es hätte so einen konservativen konservativen rechten christlichen Untergrund gegeben in der Sowjetunion und diese Untergrundbewegung hätte dann auch dazu geführt dass der Kommunismus dass halt dann jedes kommunistische Regime da endet da drücken ja und es wurde dann so der Eindruck erweckt Leute wie Putin seien Mitglied gewesen von dem Untergrund Sobchak seien Mitglied gewesen von dem Untergrund und das sei halt so ein ganz wichtiges Programm da also eine ganz wichtige Nummer gewesen und so könnte man das halt dann intern wahrscheinlich dann den Leuten erklären ja mithilfe dieser Täuschung können wir es den Leuten erklären warum sie jetzt zusammenarbeiten sollen nicht nur mit dem russischen Geheimdienst oder mit irgendwelchen Leuten die damit zusammenhängen sondern auch mit diesen Kommunisten und ehemaligen Kommunisten ja gibt es immer irgendeine Ausrede ah das ist schon okay ja weil Russland sei ja jetzt wirklich so kontrolliert von christlichen Leuten und konservativen Leuten und man integriert jetzt halt dann so diese internationale Linke in das System und das seien die guten Linken oder die besseren Linken bla 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 irgendwie so kannst du es den Leuten halt dann andrehen Schosudowski ist auch Mitglied des wissenschaftlichen Komitees der italienischen Zeitschrift Geopolitica was den über den Direktor der Zeitschrift Tiberio Graziani in die zweite Reihe hinter Dugin stellt Graziani ist auch Mitglied des hohen Rates von Dugins internationale eurasische Bewegung dass Jay Dyer von Infowars von der kryptokommunistischen Webseite dann zu finden ist sehr bezeichnend aber Jay war auch auf Dugins Geopolitica und das hängt auch zusammen mit Konstantin Malofeev KC Horn und Konstantin Malofeev der hat ja auch Verbindungen dann zu politischen Parteien hier in Europa also Malofeev sucht immer wieder Malofeev sucht immer wieder Kontakte halt eben dann zu AfD zu den Italienern und Dings und Bums und jenes und das ist eine ganz ganz heikle Nummer der erste öffentliche Auftritt von Dugin und Jones zusammen war am 20. Dezember 2016 auf dem russischen Sender Zagrad TV dieses Netzwerk wurde von Malofeev gegründet und der ist typisch unter Sanktionen das Mutterunternehmen war Malofeev's KC Horn in dessen Beirat damals zwei pensionierte Generaloberste des russischen Geheimdienstes saßen Leonid Raschetnikov und Alexander Makarov Malofeev hatte zuvor den ehemaligen FSB-Geheimdienstdirektor Alexander Boroday eingestellt der auch also der auch für andere Publikationen arbeitete also zum Beispiel die Publikation namens Den das heißt Tag aus diesem Publikationsorgan wurde später Zavtra also morgen nachdem seine Redaktion ja und so weiter und so fort dann gibt es so eine Verbindung hier Alexander Dugin Israel Shamir und in der Verbindung von Israel Israel Shamir zu Julian Assange von Wikileaks dieses erste Interview zwischen Dugin und Alex Jones wurde von einer Mitarbeiterin von Jones mit ethnisch-russischen Wurzeln namens Daria Karpova für das Infowars Publikum übersetzt in der Interview Zusammenfassung von Jones wird sein Publikum erwähnt er dass die Leute mit denen er zusammen war Top Berater Putins waren und dass es Wladimir Putins Lieblingsfernsehsendung war ja also natürlich wurde versäumt dem Publikum dann zu erzählen dass Dugin eigentlich ein totaler Okkultist ist also ein richtiger Satanist ist halt absolut psychopathische Ideen und halt Bezüge natürlich auch zur Antike zu den Mysterienkulten diese Bücher von Dugin sind auch total krass Foundation of Geopolitics Fourth Political Theory and the Last World at the Last War of the World Island also wird viel Zerstörung gefordert gegen die Vereinigten Staaten aber das ist damit hat sich Jones anscheinend arrangiert genauso viele andere alternative Medien auch hier in Deutschland das funktioniert immer gleich die haben immer die gleichen Kontakte und gleiche Netzwerke immer das gleiche zu diesem Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt dieses ersten Interviews zwischen Jones und Dugin war Dugin bereits von den Vereinigten Staaten sanktioniert worden daher halfen also daher halfen womöglich Alex Jones und Infowars mit diesem Interview zusammen mit dem vorherigen Daya Dugin Interview und den darauffolgenden wohl einem russischen Staatsbürger in Opposition zur Regierung der Vereinigten Staaten und der Ukraine zu den Verboten der US-Sanktionen gehören die Bereitstellung von Geldern Waren oder Dienstleistungen durch an oder zum Nutzen einer blockierten Person oder der Erhalt jeglicher Gegenleistung also eine ganz ganz heikle Nummer die man da gemacht hat weiteres Interview zwischen Jones und Dugin folgte am 7. Februar 2017 wo er zu Beginn des Interviews die Genehmigte oder die Webseite Kartehon von Malofi vorstellte und sagte ja da reden sie von der Wiedergeburt Russlands Wiederentdeckung der Größe Russlands bla 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 drittes Interview zwischen Jones und Dugin von am 4. August 2017 stand Tage vor dem Chaos in Charlottetville ja und da hieß es dann die Globalisten hätten die US-Regierung gekapert und Russland sei das neue 1776 also der amerikanische Geist der Freiheit den könnte man jetzt in Russland finden erwähnenswert ist in Bezug auch auf Dugin auch Alex Jones Alex Jones Kollaborator Jack Posobiec Posobiec arbeitet so vor beim Office of Naval Intelligence also eigentlich im Geheimdienst in Amerika ist orthodoxer Christ also die orthodoxe Kirche natürlich dann auch hier infiltriert vom Geheimdienst Autor von 40 Warfare Anwendung militärischer Geheimdienste auf soziale Medien und ist verheiratet mit der orthodoxen Christin Tanja Tai Posobiec die in der Slowakei in der Zeit der Sowjetunion geboren wurde sie spricht fließend Russisch und ihr Vater dient in der mit Russland verbündeten weißrussischen Inlandspolizei oh Gott Posobiec trat zufälligerweise in derselben Sendung wie Dugin bei Infowars auf 4. August 2017 Posobiec hatte schon Monate zuvor über Dugin und sein Buch Foundations of Geopolitics gepostet Posobiec Posobiec erklärt auf Twitter Putin lässt alle russischen Offiziere dieses Buch von Dugin lesen ein weiterer Post von Posobiec auf Twitter war ein Bild von ihm wie er dieses Buch im CIA Hauptquartier in der Hand hält und es als Sommer Wahlkampf Lektüre bezeichnet dann brach das Chaos in Charlotteville aus also bei dieser Demo Dugin bemerkte auf Facebook über Charlotteville über diese chaotische Demo dies sei der Beginn des Krieges gewesen lass es unseren Krieg sein nicht ein rassistischer sondern vereinter Krieg der Weißen und Schwarzen gegen die liberalen Globalisten in seinem Buch Foundations of Geopolitics sind solche destabilisierenden Ereignisse wie in Charlotteville halt eben angekündigt worden er erklärt es ist besonders wichtig geopolitische Unruhen in die US-amerikanische Innenrealität zu bringen indem man alle Arten von Separatismus verschiedene ethnische soziale und rassistische Konflikte fördert und alle Dissidentenbewegungen extremistischer rassistischer und sektierischer Gruppen aktiv unterstützt die die internen politischen Prozesse in den USA destabilisieren genau so machen die Russen das hier auch in Deutschland ja nach Charlotteville erhielt Alex Jones ein russisches Visum aber es gibt wir wissen noch nicht genau ob er das benutzt hat oder nicht also viele viele Leute die mit Charlotteville zusammen hingen die hängen halt rum mit Jones und Dogen und so weiter dann auch diese Iraner Connection um Gottes Willen Infowars und die Teilnehmer der iranischen New Horizon Konferenz also hieß in der Teoran Times folgendermaßen da in Beirut eine internationale Konferenz zu Frieden und Wahrheit eröffnet werden soll ist immer diese Schlagwörter Frieden und Wahrheit hat das FBI eine Einschüchterungskampagne gegen amerikanische Akademiker Veteranen und Aktivisten gestartet die zur Konferenz eingeladen wurden ihre Teilnahme zu fehlern laut den Organisatoren der Konferenz wurden die wurden die amerikanischen Gäste vom FBI bedroht und schikaniert die Gäste informierten die Organisatoren dass die Sicherheitsbeamten des FBI vor ihrer Tür schienen sein und sie vor schlimmen Konsequenzen gewarnt hätten falls sie jemals wieder versuchen würden zum NHC zu gelangen also halt New Horizon Konferenz ja also natürlich FBI hatte ein Interesse an der iranischen New Horizon Konferenz gab auch einen Spionagefall im Zusammenhang mit dieser Konferenz wo ein ehemaliger wo ein ehemaliger Funktionär der US Luftwaffe zur Gegenspionage übergelaufen war und da haben wir dann hier auch wieder so ein Schaubild also New Horizon Konferenz das Iraner ja und diese Iraner hängen auf der einen Seite zusammen mit halt Kartehorn Geopolitica ja und halt ähm solchen Leuten und dann auf der anderen Seite hast du hier Sean Stone Cynthia McKinney I.M. Jones Michael Maloof Dougie Norman Finkelstein und so weiter und diese Leute waren auch immer wieder mal Gäste bei Alex Alex Jones also auch Cynthia McKinney äh also ähm US US-Finanzministerium fängte Sanktionen gegen die Organisatoren der Veranstaltung veröffentlichten eine offizielle Erklärung und so weiter hier ist ein Auszug es hieß die New Horizon Organisation veranstaltet internationale Konferenzen die als Plattform für die äh Iranian Republican Guard Core Could Force dienen um Teilnehmer zu rekrutieren Informationen von ihnen zu sammeln die Konferenzorganisatoren haben den Kontakt zwischen der IRGCQF und US-Bürgern erleichtert in den letzten Jahren wurden mehrere von der New Horizon Organisation gesponserte Konferenzen im Irak und im Iran abgehalten bei denen Rekrutierungs- und Sammlungsbemühungen unternehmen wurden also halt total heikel die QF ist der Geheimdienstzweig der IRGC also Iraner äh ja und dann hängt da eben Dugin mit rum und so wir wissen ja die Russen die Russen stecken halt zum großen Teil hinter den den Iranen also es geht nicht nur um halt Leute anwerben es geht auch um halt eben Propaganda Aufbau einer Achse Moskau Teheran äh und da schrieb auch Dugin dazu Dugin schrieb folgendes die Schaffung einer Achse einer Achse Moskau Moskau Berlin Tokio Teheran ist das langfristige geopolitische Gebot der gesamten eurasischen Strategie und dieses Gebot hängt nicht vom jeweiligen Zustand der betreffenden Staaten ab die Achse Berlin Moskau Tokio Teheran ist eine objektive Garantie für den Sieg Eurasiens also ähm hier Sean Stone Cynthia McKinney E. Michael Jones bla 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 diese Personen wurden mehrfach auf Infowars interviewt sie sind pro-russisch eingestellt äh dieser Sean Stone ist ein Mitarbeiter von Dugin sein Vater interviewte Putin und veröffentlichte einen Dokumentarfilm über ihn McKinney nahm am World Public Forum Dialogue of Civilizations Teil das von vom KGB General Wladimir Jakunin mitbegründet wurde sie nahm an der von der Libertarian Party gesponserten Rage Against the War Machine Kundgebung teil bei der Redner mit engen Verbindungen zu Russland auftraten wie Daniel McAdams und Jason Hinkle ein Kommunist sie war auch eine Mitarbeiterin von Robert David Steele der gelegentlich für den Russian International Affairs Council schrieb der von ehemaligen russischen Geheimdienst generell geleitet wurde McKinney schrieb auch Artikel für Russia Today und war Mitglied von Unity for Julian wahrscheinlich eine Pro-Wikileaks-Organisation also egal wo du hinschaust ich meine ich kenne auch noch Cynthia McKinney von früher die war ja auch mal irgendwie eine Abgeordnete und also befragte dann irgendwie Donald Rumsfeld wo ist das ganze Geld in dem Pentagon machte da einen guten Ruf für sich aber all diese Leute all diese Leute egal wo du hinschaust alle haben sie diese gleichen ekligen Verbindungen und featuren sich gegenseitig und zitieren sich gegenseitig und hängen da rum in Organisationen die halt verbandelt sind mit dem russischen Geheimdienst wirklich abartig abartig und es erscheint halt alles wie so ein breites Feld und du bist dann irgendwie so in einer Gemeinschaft scheinbar und du hast da irgendwie halt es passieren halt Dinge Konferenzen und hier und bla und blumms aber das geht halt alles wirklich dann zurück auf dieselben paar Urheber also das sind sogenannte alternative Medien und es ist halt wahnwitzig wenn dann Leute wenn dann Leute da das irgendwie nicht mitbekommen hatten oder sie akzeptieren das und meinen dann so ja das ist ja alles gut und maulen dann mich noch an dann E. Michael Jones macht so die üblichen pro-russischen alternativen Medien ist mit Leuten wie David Duke aufgetreten Nick Fuentes und Stu Peters also die absoluten Radikalen Philip Giraldi dessen Arbeit auf Infowars vorgestellt wurde ist Redakteur bei der Uns Review die Verbindungen zu kryptokommunistischen und sozialistischen Publikationen Einzelpersonen hat Michael Malou hat Verbindungen zu US-Militärgenerellen und so weiter und so weiter hier noch Infowars ist Anti-NATO und pro-russische Voreingenommenheit in Abhängigkeit vom russischen Staatsfernsehen und im kryptokommunistischen Zero-Hedge also über diese Leute haben wir schon gesprochen Shostudovsky Ron Paul as a Tarplay Ron Paul ist mit der libertären Bewegung verbunden und die aktuelle Libertarian Party fordert den Abbruch der Beziehungen zur NATO also natürlich auch keine Militärbasen mehr bla 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 lasst die ganze Welt einfach machen was sie will dann Ron Pauls aktueller Geschäftsführer des Ron Paul Instituts Daniel McAdams schreibt Meinungsbeiträge für Russia Today oder schrieb für Russia Today dann Verbindung zur Strategic Culture Foundation und hier gemeinsames Thema unter dem mit Alex Jones und Infowars verbundenen Personen ist dass sie in russischen Medien normalerweise RT oder Sputnik als Gäste mitwirkende oder Moderatoren aufgetreten sind also auch Max Kaiser und so Ursprünge von Russia Today gehen auf das sowjetische Informationsbüro zurück sollte bekannt sein Alex Jones selbst hatte Dutzende von Interviews mit Russia Today geführt und berichten zufolge über 1000 über 1000 Russia Today Artikel veröffentlicht auf infowars.com also du schaust heute noch auf die Hauptseite von Infowars und dann findest du mindestens so ein paar Russia Today Stories als hätten die keine richtigen eigenen Redakteure keinen eigenen Content Zero Hedge also Zero Hedge Material hab ich ja schon angesprochen wurde immer wieder auch gefeatured von Alex Jones Infowars Zero Hedge ist sehr erfolgreich geworden hat eine riesige Leserschaft aus Libertären Republicans Konservativen und so weiter Zero Hedge gehört ABC Limited Media mit Sitz im ehemaligen kommunistischen Land Bulgarien der alleinige Manager von ABC Limited Media ist Krasimir Ivandiski ein kommunistischer Agit-Pro-Beteran der von 1975 bis zum Fall der Sowjetunion für das Sprachrohr des bulgarischen kommunistischen Zentralkomitees arbeitete die Zeitung Rabodniceskodelo Krasimir war auch Mitglied der internationalen Journalistenorganisation die vom tschechoslowakischen kommunistischen Zentralkomitee und dem KGB beauftragt wurde die CIA sagte über die IOJ in einem ausländischen Geheimdienstbericht von 1955 dass die IOJ eine internationale kommunistische Tarnorganisation sei angesichts dieser beiden Verbindungen von Krasimir war er wahrscheinlich Mitglied der kommunistischen Partei Bulgariens also unwahrscheinlich dass die kommunistische Partei erlaubt hätte dieses Ding zu schreiben Kuba die Zukunft gehört uns und es über Parisa die Abteilung für Propaganda und Agitation des Zentralkomitees zu veröffentlichen wenn er nicht ein eingetragener Kommunist gewesen wäre darüber hinaus war Krasimir laut seiner Biografie von 1978 bis 1985 Leiter mehrerer Büros von Rabod Niceskodelo und auf dieser Ebene wäre es nahezu unmöglich nicht mit dem KGB Skauer Parteichef Mitglieder des sowjetischen Politbüros war Krasimir gründete 1994 eine Zeitung namens Strogo Sekretno eine Rezension seiner Archive zeigt dass er Personen und Organisationen wie Michel Schosudowski von Global Research prominent in den Vordergrund stellte Michel hat eine Partnerschaft mit der vom russischen Auslandsgeheimdienst beauftragten Strategic Culture Foundation und der vom FSB beauftragten Organisation South Front Michel hatte den kommunistischen kubanischen Führer Fidel Castro besucht und Autoren des russischen Geheimdienstes veröffentlicht Michels Vater war Sowjetbürger UNO-Mitarbeiter und es geht immer so weiter das heißt es ist alles so gründlich verseucht es gibt im Prinzip keine wirklichen alternativen Medien da draußen so in der in der Größe und Breite alles was da irgendwie so bekannter ist alles was irgendwie so größer ist ist halt alles richtig krass verseucht also dann gibt es noch diese Organisation Veteran Intelligence Professionals for Sanity also irgendwelche Geheimdienst Veteranen für halt Vernunft und so Bill Binney Ray McGovern den Namen kenne ich auch noch Philip Giraldi Scott Ritter um Gottes Willen Larry Johnson Robert Steele die hängen dann alle irgendwie rum mit Russia Today und New Horizons Strategic Culture es ist immer das gleiche hier Bill Binney Ray McGovern Gastes World Russia Forum dann Scott Ritter sollte bekannt sein und so weiter und so weiter Alex Joneses und Infowarses Ansichten über die Ukraine stimmen mit denen des Kremls überein das sollte bekannt sein Jones hat sich auch wieder vertragen mit Steve Bannon Jones kennt auch eben Mike Flynn General Flynn Steve Bannon ehemaliger Chefstratege von Präsident Trump in den ersten Tagen seiner Regierung traf sich nach dem Ende seiner Tätigkeit im Weißen Haus acht Stunden lang also nach seinem Ende der Tätigkeit im Weißen Haus traf er sich acht Stunden lang mit Alexander Dugin in Rom schlug eine Art Allianz mit Russland gegen China die Türkei in ihrer Anfahrt also komplett abgeschwört Bannon war mehrere Male mit Jones in der Sendung oder bei Jones in der Sendung äh Bannon erklärt im Interview 2022 außerdem bei der ukrainischen Situation handelt es sich um einen Grenzstreit in der russischsprachigen Ostukraine nicht von zentraler Bedeutung für die nationale Sicherheitsinteressen Europas Zelensky und diese Ukraine zu unterstützen war ein sinnloses Unterfangen die Welt wird sich das bewusst bla 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 er müsste es ja eigentlich besser wissen also und gemeinsamer Vertrauter von Jones Bannon und Posobiec ist der pensionierte General Flynn der die gleiche Haltung zur Ukraine vertritt in der Infowarsendung hier von 2023 erklärte Flynn folgendes die Russen wissen die man Opfer bringt glauben sie mir und im Moment verlieren sie nicht der Westen insbesondere die Vereinigten Staaten unterstützt ein faschistisches Regime in der Ukraine also halt völliger Kremlstoß es dürfte nicht überraschen dass Flynn seinem Publikum auf Twitter oder Ex auch vorschlug sich ein Interview zwischen dem amerikanischen Kommunisten Jackson Hinkle und der Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Zakharova anzuhören schlug dem Publikum auch vor sich einen Doku-Film anzusehen der vom Kreml-Agenten Ed Losansky im Auftrag gegeben wurde und so weiter Infowars hat auch in Bezug auf die Ukraine natürlich die russische Linie vertreten und so weiter und so weiter tonnenweise Quellenangaben hier zu diesen ganzen zu diesen ganzen Geschichten also so läuft das so läuft das in den sogenannten alternativen Medien und das ist ja das ist ja bei uns nicht anders also schauen Sie sich mal an was diese ganzen Publikationen hier in Deutschland so treiben mit wem die unterwegs sind gucken Sie nach Featuren an Alexander Dugin und so und ich habe ja schon mal gesagt hier das das Kompaktmagazin hatte ja schon irgendwie offen erklärt sie versuchen halt ihre Inhalte so simpel wie möglich zu gestalten dass halt das Niveau eine Friseuse erreicht ist beim Publikum also so haben die das formuliert jetzt nichts gegen halt irgendwie Hairdresser oder so aber gegen Friseure aber so haben die das halt eben dann formuliert also wirklich simpel simpel die wollen gar nicht dass das Publikum anscheinend wirklich kapiert was da eigentlich läuft mal abgesehen davon kapieren es die Betreiber von der Kompaktüber auch selber oder diese ganzen anderen genannten Leute hier Robert Steele und Paul Craig Roberts und Cynthia McKinney schnallen die das überhaupt ja oder Jürgen Elsässer vom Kompaktmagazin schnallen die das überhaupt sind die überhaupt kompetent was das anbetrifft oder lassen sie sich da selber irgendwie an der Nase rumführen das ist natürlich auch mal die interessante Frage also fragen sie halt ruhig mal solche Influencer was ist mit den jetzt mal unabhängig von den Globalisten und Amerikanern so was ist mit diesen Gefahren durch Russland was sind da die Probleme was sind da die Gefahren was ist wenn wenn es halt dauerhaft ein absolutes Horrorregime ist in Russland oder wenn sie halt dann einfach irgendwann wenn die Russen halt vielleicht einfach irgendwann mal so ein offenes Kartell haben mit den anderen Supermächten was ist mit der Kartellgefahr ja kriegen sie entweder keine Antwort oder irgend solche Ausflüchte irgendwelche komischen Ausflüchte dann hier die neue Bereitschaft für einen Atomkrieg zwischen Russland und der EU das ist nach wie vor ein brennendes Thema also jetzt hat man nicht nur diese Atomkriegsdrohungen wiederholt von der russischen Seite sondern man hat jetzt halt eben dann auch mehr Übungen gemacht von Atomstreitkräften also da wird jetzt halt eben dann richtig krass gedroht Putin hat angedeutet dass Europa ohne US-Unterstützung Schwierigkeiten hätte einer hypothetischen russischen Aggression entgegenzutreten und es heißt dann also so forderte Putin die Europäer auf sich daran zu erinnern dass sie in Staaten mit kleinen Territorien und sehr dichter Bevölkerung leben und dass sie diesen Faktor berücksichtigen sollten wenn sie erwägen der Ukraine halt neue Waffen zu geben also wir sind halt besonders verwundbar heißt es in Russland konzentrieren sich die Bevölkerung und die wichtigsten Industrien ja auch auf wenige Großstädte und sind demnach auch sehr verwundbar diese russischen Städte verfügen über ausgehende Tunnel- und Bunkersysteme aber kommen die da rechtzeitig rein und können die dann so weiter existieren in den Bunkern was dann nicht unbedingt gewährleistet ist dann begann Putin auf dem internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg Anfang Juni konkretere Drohungen anzusprechen also er sagt er sagt ja diese die russischen taktischen Atomwaffen sogenannte taktische Atomwaffen hätten eine größere also eine große Sprengkraft und das sind ja nur die kleineren es gibt ja noch die strategischen Atomwaffen die sind noch viel größer ja also die größere Schlagkraft und man hat einfach mehr sagen die Russen die Russen sagen sie haben einfach mehr Putin äußerte Zweifel daran dass die Amerikaner eingreifen würden falls Europa einem umfassenden russischen Atomangriff ausgesetzt würde das heißt wenn diejenigen mit denen wir solche Angriffe austauschen nicht mehr existieren werden sich die Amerikaner dann an diesem Angriff beteiligen oder nicht ich bezweifle das sehr und die Europäer sollten darüber nachdenken also die Idee dass die Amerikaner uns hier in Europa in Europa im Stich lassen und wir werden gegebenenfalls zerstört und die Amerikaner haben dann vielleicht so eine halt irgendeine Abmachung mit den Russen yikes also auf uns deuten Atomraketen ja nicht die Größen Sprengköpfe aber immerhin wir werden quasi nuklear erpresst das ist einfach die aktuelle Situation dessen sind sich die meisten gar nicht bewusst die wachen halt jeden Morgen auf und gehen zur Arbeit oder so und hören irgendwelche Propaganda ob von Jürgen Elsässer oder von Sarah Wagenknecht aber wir sind konstant hier bedroht von diesen russischen wir sind konstant bedroht durch diese russischen Raketen diese russischen Atomwaffen am 21. Mai 24 begann Russland mit seinen ersten Übungen also die neuen Übungen Nuklearschreitkräfte man übte den also übte halt den Umgang mit Atomsprengköpfen für Iskander-Raketen Transport in vorgesehenen Angriffsgebiete Ausrüstung von Kinschall-Raketen mit den Sprengköpfen in der zweiten Phase der Übung die ebenfalls in Weißrussland durchgeführt wurde waren eben den Iskander-Raketen auch Seestreitkräfte und Kampfflugzeuge beteiligt während einer Parade in Minsk wurden Iskander-Raketen mit entsprechenden Atomsymbolen prominent zur Schau gestellt in dem staatlichen Sender Rossia 1 sprach der Moderator und Abgeordnete Yevgeny Popov über den US-Plan landgestützte Mittel- und Kurzstreckenraketen in Deutschland zu stationieren und warnen dass fast alle europäischen Hauptstädte gefährdet seien da drei große Raketen die von Russland abgefeuert würden ausreichen könnten um eine Zivilisation wie das Vereinigte Königreich auszulöschen Yikes Also die Europäer wollen jetzt halt eben dann mehr nukleare Abschreckung aber das gestaltet sich ein bisschen schwierig Also man könnte sich jetzt halt irgendwelche tausend das heißt hier so es war diese Idee tausend stillgelegte US-Sprengköpfe zu kaufen und sie in europäischen NATO-Mitgliedsgebieten zu stationieren aber normalerweise ist es dann so die Amerikaner haben die Codes also die haben da die Hand drauf diese Launch Codes wollen da die Kontrolle behalten ähm dann ja im Vorfeld des NATO-Gipfels im vergangenen Juli in Washington DC kündigte das Weiße Haus an dass die USA ab 2026 in Deutschland Mittelstrecken und Kurzstrecken Raketen stationieren würden darunter SM-6 Mehrzweckraketen Tomahawk Marschflugkörper moderne Hyperschallraketen wäre die erste Stationierung dieser Art seit dem Kalten Krieg also können wohl auch mit Atomsprengköpfen ausgestattet werden äh in Europa haben an sich jetzt nur die Groß also die Briten die Briten und die Franzosen haben Atomwaffen eigene aber nicht sonderlich viele und die Trägersysteme sind auch begrenzt ähm also es sind halt ein paar U-Boote ein paar luftgestützte Raketen und dies und jenes also das ist alles nicht so das Wahre äh ja und wir leben eigentlich seit langer Zeit in diese Situation also wir werden von den russischen Raketen betraut und die Russen sagen ja warum sollten sich die Amerikaner hier auch einmischen zugunsten Europäer und dann müssen wir halt so dann ja sollten wir dann so Russengas kaufen und wir sollten dann uns sollten diese russische wir sollten dann so diese russische irgendwie so russische Spionage hier akzeptieren uns alles gefallen lassen und so das ist absolut bizarre eine absolut bizarre Situation ja und wer weiß was da alles für Sachen hinter den Kulissen halt eben da verhandelt werden also ist ja bekannt dass die Russen sehr viel belastendes Material haben gegen Politiker hier und damit kann man eben auch dann Entscheidungen beeinflussen ja also wer weiß ob das vielleicht irgendwie zu tun hatte mit der Entscheidung also verschiedene Sachen hier können beeinflusst werden 2020 erklärte Emmanuel Macron die vitalen Interessen Frankreichs hätten eine europäische Dimension wollte eben einen strategischen Dialog also es deutet eben dann darauf hin dass halt die Franzosen nicht nur sich selber schützen wollen mit Atomwaffen sondern vielleicht sogar halt eben dann auch hier andere Länder britische Atomstreit macht es anfälliger als die Frankreichs da sie nur in der Lage ist jeweils ein U-Boot mit ballistischen Raketen in Alarmbereitschaft zu versetzen ja das ist nicht gerade nicht gerade beeindruckend groben Schätzungen zufolge könnte der Kreml über bis zu 2000 taktische Atomsprengköpfe verfügen also kleinere Atomsprengköpfe verfügen die mit See, Land und Luft gestützten Raketen Fliegebomben Torpedos und sogar Artilleriegeschossen eingesetzt werden können die Abwehrsysteme sind geheim das ist eine ganz andere Diskussion es gab ja eben verschiedene Technologien hier im Westen die entwickelt wurden also auch die Möglichkeit Atomraketen gegen Atomraketen einzusetzen also das heißt du hast ja dann so eine Detonation in der Luft und damit zerstörst du halt mehrere feindliche Raketen sowas geht auch also das heißt die amerikanischen amerikanischen die amerikanischen B61 Bomben die auf sechs Stützpunkten in Deutschland Italien Belgien Niederlanden in der Türkei stationiert sind reine taktische Sprengköpfe also die großen hat eher einen symbolischen Wert vielleicht ja und die meisten sagen wir die meisten Sachen sind sowieso geheim was jetzt das Atomwaffen Arsenal anbetrifft wann jemand zu Atomwaffen greifen wird ist ja alles sehr geheim natürlich auch ob es eine heimliche Allianz gibt zwischen den Supermächten ob die da vielleicht Spannungen nur inszenieren würden ob die andere Länder damit klein halten das gehört zu den größten Geheimnissen ich habe darüber geschrieben sie finden meine Arbeit unter shop.recenter.com und auf amazon.de also da geht es wirklich um die wichtigsten Dinge unserer Zeit die wichtigsten Fragen unserer Zeit und es bringt dir halt nichts einfach blind irgendeine Richtung hinterher zu laufen sondern du musst da halt wirklich da mal tief reingehen in diese Materie und halt ganz andere politische Beteiligung machen ganz anderen Aktivismus machen also hier sich einfach auf die Russen einzulassen ist so geisteskrank ich meine gerade mal unter russische Kontrolle oder eine chinesische Kontrolle nordkoreanische Kontrolle ich meine dein Leben ist nur noch vorbei und deswegen hat man halt dann so diese Verschwörungspropaganda auch so vereinnahmt weil man eben den Eindruck erwecken wollte im Westen ja nichts schlimmer als der Westen also diese diese mythologischen Weisen von Zion die sogenannten Globalisten und so die westlichen Eliten seien so schlimm dass alles andere viel besser ist und deswegen sollte man sich da einlassen auf die Russen und das ist halt und sogar auf die Chinesen und das ist halt absolut komplett krank komplett krank aber so so läuft es halt in der Propaganda hier haben wir noch so einen Bericht Russlands Top Konzernen geht schrittweise die Luft aus also die halten sich schon irgendwo aber es gehen halt Märkte verloren man kann vieles Equipment nicht erneuern man müsste eine neue Pipeline bauen um an die Chinesen zu verkaufen das ist alles immer leichter gesagt als getan also Firmen wie Aeroflot Gazprom Rusal viele was ich haben jetzt halt einfach eben also es wird einfach wesentlich wesentlich schwieriger das ist damit mussten die natürlich dann rechnen und die können die können sich halt diese Konfrontation auf lange Sicht auf längere Sicht oder mittelfristig einfach gar nicht leisten brauchen eine offene Partnerschaft mit den Chinesen ansonsten läuft da gar nichts oder es braucht halt einfach natürlich dann Atomangriffe es braucht halt die größeren Verwerfungen damit halt Russland nicht einfach die Luft ausgeht damit die halt in 10, 20, 50 Jahren immer noch eine Supermacht sind und die gehen über Leichen die gehen absolut über Leichen das machen die hier noch die Meldung Russland drosselt massiv YouTube und plant Sperrung ja also für die Leute die hier sich schon über Zensur aufregen ja russische Nutzer erleben wieder einmal weitreichende Störungen auf YouTube da viele also dass die Dienste oftmals zu langsam sind oder gar nicht richtig mehr funktionieren und Google war ja so Google hat ja so ein Interesse daran gehabt mal hier in Russland einzusteigen also haben sie da auch Serverinfrastruktur hingestellt oder halt Serverinfrastruktur benutzt mit der man halt dann YouTube betreiben kann damit halt die gewöhnlichen Internet Service Provider in Russland nicht so ein riesen Problem haben ähm und dann gab es natürlich dann eben Probleme jetzt auf Google gibt es oder auf YouTube gibt es halt Anti also Anti Putin Inhalte Anti Kriegs Inhalte gleichzeitig werden halt pro-russische Sachen da gesperrt oder wurden gesperrt und das passt natürlich dann im russischen Regime nicht also wird es halt jetzt nicht nur nicht abgegradet nicht abgedatet dieses Infrastruktur sondern man lässt es auch anscheinend verfallen man möchte auch so die Zensur haben es gibt dann doch einige YouTube Kanäle die da existieren also YouTuber die dann halt Sachen machen für ein russisches Publikum über den Krieg über halt Putin Kadyrov und so weiter und das passt den Russen natürlich überhaupt nicht und die haben da also viele Russen gucken viele Russen gucken YouTube sehr 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 viele Russen gucken YouTube und die haben da jetzt die Möglichkeit das komplett los zu werden und es gibt halt auch eine neue Sperrungsinfrastruktur also da wird halt da wird halt alles einfach gesperrt ohne jetzt Ankündigung ohne irgendwie jetzt da groß da ein Fass aufzumachen jetzt nicht wie bei uns wo das halt eine Riesensache ist wenn du halt vom Start irgendwie gesperrt wirst das ist bei uns eine Riesensache haben wir gesehen da mit dem Kompakt Magazin und da müssen halt alle Geschütze aufgefahren werden das geht jetzt halt juristisch hin und her und in ein paar Jahren ist das dann geklärt ob die Kompakt verboten wird oder nicht aber das ist halt ein Riesending hier und da kannst du natürlich ist halt ein großer Aufwand bei den Russen ist anders die sperren einfach die sagen einfach wir setzen das auf eine Liste und das auf eine Liste und dann ist es nicht mehr erreichbar und dann ist es einfach so also wer sich hier über Zensur aufregt der würde sein blaues Wunder erleben beziehungsweise wenn russische Verhältnisse hierher kommen dann wirst du auch dein blaues Wunder erleben also wenn du meinst du magst die schlechten Löhne nicht du magst die Situation nicht du magst die Korruption nicht du magst die Migranten die neue reinkommen nicht du darfst dein Missfallen dann nicht mehr äußern du kannst nur einmal diesen Fehler machen dich auf die Russen einzulassen und du kommst dann aus diesen Konsequenzen dann nie mehr raus ja oder wenn es halt eine neue Pandemie gibt und es gibt dann irgendwelche Pandemie Eindämmungsmaßnahmen Zwangsimpfungen ja dann bist du halt dann verpflichtet da mitzumachen und den Mund zu halten und du kannst dann da in Russland oder halt unter irgendeiner russischen Kontrolle kannst du dann keinen Aktivismus mehr machen du wirst gnadenlos bestraft aber wie gesagt die meisten Leute sind so dumm die sind so dumm ungebildet also funktionell dumm IQ würde eigentlich reichen aber halt so fehlgebildet und so fanatisiert und emotional halt eben da investiert Leute sind so funktionell dumm da kannst du gar nicht mehr rankommen mit irgendwie Argumenten oder Fakten du kannst denen auch nicht entgegenkommen und sagen ja ich hab auch keinen Bock auf die Zustände hier im Westen und so aber das ist denen egal die rennen da einfach blöd in die Richtung und müssen dann die Konsequenzen tragen das ist einfach so das ist einfach so also es ist einfach wie eine Seuche es ist wie so eine ansteckende geistige Krankheit eine ansteckende geistige Krankheit wenn so dieses Zeug kommt so dieses Truther Verschwörungsding alternative Medien Telegram und ja wir machen dann irgendwie rum mit Dugin und diesen ganzen Kreisen so das ist eine absolute Seuche und es immer mehr Leute erkranken an dieser geistigen Seuche sie gucken da jetzt auf Telegram rum und sie wollen jetzt ihr Leben umkrempeln und sie wollen jetzt nur noch mit solchen Leuten abhängen es ist wirklich die Seuche absolute Seuche bei mir ist es ein Ausschlusskriterium wenn da jemand so rummacht grauenvoll grauenvoll und das war ganz groß angelegt seit Jahrzehnten schon die haben da richtig jede Menge an Aufwand betrieben um das ganze Feld zu kontrollieren aufzubauen dann haben wir eine mögliche 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 neue Pandemie mit den sogenannten Mpox also man nannte das ja mal Monkeypox aber das ist ja kein zeitgemäßer ist ja kein zeitgemäßer Begriff mehr sondern das ist jetzt halt so eine ganz ganz menschliche Krankheit hier haben hier einen Beitrag mal zusammengestellt mit dem wichtigsten auf was sie da jetzt achten müssen also es gibt jetzt weder Anlass zur blöden Panik noch gibt es jetzt Anlass zu Entwarnung und Beschwichtigung weil die generelle Situation ist einfach brandgefährlich also gerade mit biologischer Kriegsführung und biologischem Terror da gibt es zu viele Player zu viele Akteure die böswillig sind und diese Möglichkeiten haben und dementsprechend und dementsprechend ja es geht es geht es ist viel viel größer das Problem als jetzt irgendwie Covid oder viel größer als M-Pox da kann da können auch ganz andere Sachen kommen vor allem mehrere Krisen können da eben können da eben gleichzeitig auftreten und und dann wird es halt richtig übel also Weltgesundheitsorganisation hat jetzt halt wegen diesen M-Pox in mehreren afrikanischen Ländern öffentlichen Gesundheitsnotstand ausgerufen hat sich jetzt auch außerhalb gezeigt hier von Afrika ist jetzt neuer M-Pox Variante mit einer deutlich höheren Sterblichkeitsrate und es verbreitet sich auch anders also Sterblichkeitsrate ist immer so flüssig also das kann kommt darauf an wo das stattfindet wie gut die medizinische Versorgung ist blablabla ist jetzt halt tödlicher geworden breitet sich auch irgendwie anders aus und die am stärksten gefährdete Bevölkerungsgruppe sind Kinder und Jugendliche also und das sollte man jetzt halt eben dann wissen also das ist nicht mehr nur irgendwie so ein Problem für halt also ist nicht nur ein Problem wie es halt vorher war mit der alten Version jetzt Leute die halt ständig irgendwie anderen Sexualpartner haben irgendwie da unvorsichtig agieren sondern es betrifft jetzt halt irgendwie jeden also Afrika hat Erfahrung mit Eindämmung von gefährlichen Erregern auch Ebola M-Pox M-Pox verbreitet sich jetzt noch nicht so schnell wie eine Erkältung böswillige Akteure könnten aber jedoch gezielt M-Pox kultivieren weiter verbreiten also das so wie es jetzt existiert gibt es verschiedene Verdächtige die nehmen einfach hier M-Pox holen sich M-Pox verbreiten also vermehren das Zeug und bringen das dann heimlich überall in der Welt aus ja irgendwelche Länder wo sie das halt eben da verbreiten möchten das kann durchaus sein es können weitere gefährliche Varianten auftauchen weitere Varianten auftauchen die möglicherweise im Labor geschaffen wurden das ist auch nicht schwer sowas zu machen es könnte eine Multikrise geben aus mehreren Erregern und Cyberattacken gegen das Gesundheitssystem und die Infrastruktur damit muss man prinzipiell rechnen also ob das jetzt mit M-Pox ist oder mit irgendwas anderem oder mit mehreren Sachen das kann alles passieren und die Massenmedien und die Behörden klärten halt die Bürger bereits während der Covid-Pandemie nicht wirklich auf über die breite die breite Bedrohungslage biologische Kriegsführung Bioterror Multikrisen ja da hätte man viel mehr Aufklärungsarbeit machen sollen die Eindämmungsmaßnahmen gegen Covid wurden auch deshalb eher schärfer angesetzt weil man während der aktiven weil man während der aktiven Pandemie deutlich verwundbarer war gegenüber weiteren Problemen die gleichzeitig auftreten können das war eben auch so ein Grund für eher schärfere Maßnahmen gegen Covid oder mehr Maßnahmen das ist einfach so das ist da lächerlich wenn irgendwelche Leute meinen man hätte weniger machen sollen noch weniger noch weniger wenn eigentlich gar nichts machen sollen das wurde ja von vielen gefordert hier ursprünglich man soll ja fast gar nichts machen total hirnverbrannt diese Leute wollten sich auch gar nicht wirklich auskennen mit Covid sie wollten gar nicht abwarten und aufs Nummer sicher gehen sie kannten sich auch gar nicht aus mit dem breiteren Feld der biologischen Bedrohungen sie kannten sich überhaupt nicht aus mit biologischer Kriegsführung haben da nichts entsprechendes zitiert kannten die Fachliteratur gar nicht und wollten den Leuten auch gar nicht wirklich erzählen wie die Lage insgesamt denn aussieht es ging nur darum zu behaupten die Pandemie ist ja irgendwie fake und man müsse jetzt irgendwie den großen Aufstand machen möglichst viel Stress generieren und gerade die Russen haben diese Propaganda bei uns ja gemacht oder gefördert aber zu Hause hier zu Hause in Russland war die gleiche Propaganda verboten da gab es extra neue Gesetze kein Covid-Aktivismus sonst Geldstrafe Haftstrafe jada jada wenn wegen dir und deiner Propaganda Leute zu Schaden kommen dann kriegst du eben so richtig eine auf die Mütze und viele von diesen Covid viele von diesen Covid-Stussern hier die hatten eben die hatten eben auch Beziehungen zu Russland oder waren sehr sehr stark pro Russisch das das ist einfach so und die wollen noch nie wirklich dann erklären wie es bei den wie es in Russland wirklich aussieht oder haben das runtergespielt dass Russland genauso mit Standard das Russland halt mit Standardwerkzeugen arbeitete gegen die Pandemie da wollte man dem Publikum gegenüber nie ehrlich sein nie gleiche Maßstäbe ansetzen und jetzt ja kann man sich vorstellen wenn es halt zu einer M-Pox Pandemie kommt und in der Multikrise kommen dann wieder die Stusser versuchen den Leuten irgendeinen Quatsch zu erzählen auch wenn jetzt halt eben dann Kinder und Jugendliche befallen werden von der Krankheit und dann wird dann erzählen die Krankheit sei irgendwie ganz harmlos und die Sterbequoten seien nicht real dann fangen sich die Leute die Krankheiten ein ja das kann halt eben dann ziemlich übel ausgehen und es wird auch dann wenn es ein Notstand ist also wenn halt dann mal richtig so einige Leute sterben viele junge Leute auch dann drauf gehen und so oder einfach das System überfordert ist dann greifen Notstandsgesetze das ist auch bei den richtigen Pocken so wenn die richtigen Smallpox hier eingesetzt werden von irgendjemandem dann greifen Notstandsgesetze dann ist hier wie so eine Art Polizeistaat Kriegsrecht und so und das ist ganz das ist ja in jedem Land theoretisch dann der Fall das ist halt einfach irgendwann geht es halt um die absolute Sicherheit auch wenn du der Obrigkeit jetzt so generell nicht traust das Sicherheitsargument überlagert dann alles andere weil ich meine auch wenn du der Obrigkeit nicht traust hier was willst du nur machen ja dich hier dich infizieren lassen drauf gehen sterben andere Leute infizieren das ist eine ganz ganz dumme Situation das ist eine ganz ganz dumme Situation also du weißt nie wer das wirklich so gemacht hat ja mit M-Pox oder irgendeiner neuen Variante oder einer Multikrise da wird immer eine Verschleierung da sein und du kannst halt eben dann nicht ins Internet gehen und auf Telegram in deinem bläden Handy da glotzen und dann erklären lassen die Globalisten waren das und die Windmühlen von Zion waren das du weißt einen Dreck du weißt einen absoluten Dreck und deswegen musst du halt einerseits dich halt auskennen du musst halt richtige Informationen beziehen über diese Bedrohungen du musst halt eben dann auch und du musst eben auch dann verstehen du kannst schon vielen Leuten trauen in den vielen Leuten in den Behörden das sind ganz normale Leute vielen Leuten in der in der Medizin das sind die die allermeisten haben wirklich gute Absichten du musst genau wissen wem du nicht trauen kannst ja und da brauchst du dir auch nicht einreden irgendwie der prominente Virologe oder jene prominente Virologe die geben dir in der Regel einfach nur den Status Quo der Forschung wieder brauchst du dir nicht irgendwas erzählen lassen die seien jetzt die großen Verschwörer sondern du musst da ganz ganz genau hinschauen ja um was geht es hier und welche politischen Forderungen brauchst du jetzt oder wie willst du jetzt deinen Aktivismus gestalten und du brauchst natürlich dann Prepping brauchst natürlich dann Sicherheit persönlich für dich selber für deine Familie und wird das gefördert von den Russen Stussern hier eigentlich nicht so ein bisschen Pseudomäßig ab und an aber nicht wirklich also ist ein Problem erstmal akut lässt es sich nicht durch Reden und Internetaktivismus aus der Welt schaffen eine strikte Verweigerungshaltung kann üble Probleme für den Einzelnen auslösen ähm und hier noch finden sie noch Background hier ein bisschen Hintergrundinfos zu den klassischen Pocken also eigentlich eine der ältesten biologischen Waffen gibt es auch in der Turboversion also da kann man eben dann auch ganze Gesellschaften hier zum Kollaps bringen also die Zukunft kann echt heikel werden und ob jetzt Atomwaffen oder biologische Waffen oder chemische Waffen oder ähm reguläre Kriegsführung äh das kann richtig übel ausgehen nicht alle von uns werden so die Zukunft erleben nicht alle unsere Kinder werden die Zukunft erleben und da musst du richtige Entscheidungen treffen wanderst du jetzt nach Russland aus wanderst du jetzt hier aus oder bleibst du hier oder machst du dies oder machst du jenes ähm investierst du ein bisschen Geld in Prepping oder nicht all diese Entscheidungen sind wirklich von von größter Bedeutung und da sollte man wirklich nichts anbrennen lassen äh beobachten die Situation natürlich weiter auch mit was diese ähm anderen Geschichten anbetrifft also diese ähm ja Vogel ja Vogel Grippe Geschichte und so ähm gibt es wie gesagt auch noch keinen Anlass zur Panik aber eben auch noch keinen richtigen Anlass zur Beschwichtigung und ähm und Entwarnung gibt ja Influencer die sehnen sich nach den alten Covid-Tagen wo sie berühmt waren wo sie mit Geld beworfen wurden die wollen das wieder halt eben in Gang bringen und dann die großen Helden sein aber ähm richtige Informationen bekamen sie von diesen Gestalten eben nicht es ist aufwendig sich auszukennen das richtig aufzuarbeiten Informationen den Leuten halt die Berichte zu liefern dass sie Zeit sparen ähm das braucht wirklich einiges an Expertise und Aufwand ähm und ähm und man sieht ja wie diese ganzen russischen Strukturen wie die die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben wie auch das Geld auf sich gezogen haben also wenn die Leute da Geld ausgeben für irgendeinen Russenstoß dann äh ist das Geld halt weg und kann nicht in bessere Plattformen reinfließen ja ich meine das war für uns natürlich auch super schwierig in den letzten ähm also vor allem in den letzten 10 Jahren unglaublich schwierig weil halt so viele Player versucht haben das Internet zu dominieren also auch teilweise die Anglos die Amerikaner ähm Briten die Russen und äh das ist halt so ja das ist eine ganz ganz heikle äh ganz ganz heikle Nummer also du kannst du kannst du findest da draußen fast niemanden im Netz du findest fast niemanden bei dem du gut aufgehoben bist da ist nirgendwo so eine richtig gute Website oder fast fast gar nichts was man mit gutem Gewissen empfehlen kann Sachbücher ja aber da musst du natürlich dann drauf drauf schauen dass der der Autor halt nur in seinem Gebieten Experte ist und das große ganze Bild nicht unbedingt sieht also du musst natürlich noch mehr Sachbücher Fachbücher lesen um vielleicht dann eben äh da ein besseres Bild zu bekommen bessere Entscheidungen zu treffen die Zeit haben die meisten nicht Bücher gibt's gute aber jetzt so Shows Webseiten Social Media Kanäle das ist nur fast nur grauenvoll und wir leben in einer gefährlichen absolut gefährlichen Welt und äh so viel Fehlinformationen da draußen äh ganz 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 heikel okay äh das war's am Rahmen der heutigen Sendung wir sind zurück am Freitag mit der aufgezeichneten Sendung unter recenter recenter.media unserer eigenen äh Plattform schauen sie rein recenter.com shop.recenter.com unsere englische Seite candor intel.com auch natürlich ein englischer äh YouTube-Kanal starten da jetzt auch eine äh ein weiteres Sendeformat also ein regelmäßiges Format auf Englisch das ist eigentlich wie so eine Art ja recenter recenter News aber halt dann quasi unter anderem Namen auf Englisch halt äh candor äh ist dann so das Format das bin dann halt einfach ich und da kann ich dann eigentlich ganz spontan halt einfach genau die Sachen machen die ich machen will schauen sie rein candor äh candorinter.com und auch den den englischen Twitter-Kanal von uns können auch das gerne abonnieren Sachen weiter teilen weiter empfehlen also wir sind nicht in irgend so einem also wir sind halt nicht irgendwie gefördert von irgend so einem komischen Botnetzen oder Influencer-Netzwerken die dann irgendwelche Accounts pushen irgendwelche ähm äh Posts dann eben dann pushen sondern das hängt dann von ihnen da draußen ab ähm also es hängt zu einem ganz ganz großen Teil von ihnen da draußen ab wie viel wir gesehen werden ja wie stark wir wahrgenommen werden äh das können wir alleine nicht so magisch mit einem Zauberstab hier äh beeinflussen ja das heißt wir können unsere Arbeit machen unseren unseren Teil machen die Leute da draußen müssen natürlich dann entsprechend drauf reagieren äh ich danke vielmals für die Aufmerksamkeit und äh für den Support bleiben sie frei und machen sie sich nützlich und machen sie sich um bei bl 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 bl